Gelungene Fotoaufnahmen erfordern eine ruhige Hand. Da man die nicht immer hat, benutzen Profis Hilfsmittel. Mit diesem 3-Bein-Teleskop-Stativ gelingen auch Ihre Fotos vollkommen wackelfrei. Da aus Aluminium ist das Stativ mit nur 1,1 kg ein echtes Leichtgewicht. In der gepolsterten Tragetasche wird es so zum idealen Begleiter für unterwegs. Dank der praktischen Schnellverschlüsse ziehen Sie die Standfüße im Nu auf die gewünschte Länge aus und fixieren sie. Beim Ausrichten in einen waagerechten Stand hilft Ihnen ein Blick auf die integrierte Wasserwaage. Die Aufnahmeplatte bringen Sie mit einigen Drehungen an der Kurbel auf die gewünschte Höhe. Winkel und Richtung der Aufnahmeplatte werden mit den dafür vorgesehenen Verriegelungen festgelegt. Nun haben Sie alle Vorbereitungen getroffen, um Ihre Kamera auf dem Stativ anzubringen und mit den Aufnahmen zu beginnen. Der Drei-Wege-Neiger erlaubt Ihnen eine horizontale 360-Grad-Aufnahme. Per Schwenkarm drehen oder kippen Sie Ihre Kamera immer in die richtige Position. Eine preiswerte und gute Lösung für Portrait, Panorama, Produkt und Makrofotografie. Ein Muss für Profis und ambitionierte Hobbyfotografen. Viel Spaß beim Knipsen!